Erreiche die Pilger zufällig. Zufällig direkt vor mir? Da drüben ist es. Keine Bewegung. Hey! Sie haben auf ein Shuttle gewartet. Es kommen also noch mehr. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Wie komme ich denn hier laut Karte weiter? Ich muss dann nur da runterlaufen. Und weiterlaufen. So. Ich denke, dass ich hier nach rechts weggeweht werde. Was für Pilger kommen überhaupt so weit raus? Stell dir vor, diese Stürme zu durchqueren, nur um einen sicheren Ort zu finden. Tja, eine Zuflucht ist wohl unbezahlbar. Ich glaube, ich muss da runterrutschen. Anders komme ich da nicht her. Das ist tatsächlich eine gute Frage, welche Pilger den Weg hier auf sich nehmen. Das sollte uns ein wenig Deckung verschaffen. Ah! Okay. Alles sicher. Alles sicher. Naja, gut. Nein. Hörst du das? Das ist der Geist! Ganz ruhig! Das ist nur der Wind! Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Diese Winde oder... Ich schwöre, wenn ich noch einmal Wüstengeist höre. Wir machen die schon platt, oder? Vorsicht! Er ist nötig! Handkampf-Unterstützung am Boden! Vorsichtig vorrücken! Du solltest von dieser Staffel fliehen! Wir haben die letzten Einheiten am Boden! Maren war ziemlich beschäftigt. Warum hat uns das Imperium keinen Spitznamen gegeben? Ach so, Maren ist ja wüssten. Jetzt machen wir das für eine Abkürzung. Das heißt, wir könnten hier eigentlich mal speichern. Zu viel dazu! Zwei Punkte wollte ich um was sparen. Zwei Schwerter hatte ich voll. Ich glaube, auf das hier wollte ich sparen. Diese Blaster-Geschichte. Ich ruhe mich jetzt mal nicht aus. Wir haben noch fünf Stimms. Mal gucken, wie weit man kommt. Ich ruhe mir das jetzt mal kurz an. Komm, Tone, auf! Hand mit den Rücken frei! Wollte doch! Off! Heil mich! Hierher, Kumpel! Autsch! Oh! Ein bisschen Hilfe, Kumpel! Räuchte halt rot und brauchte noch eine halbe Stunde oder was. Oh! Diese Sturmtruppler waren auf diese Bedingungen nicht vorbereitet. Und es schadet nicht, einen Wüstengeist auf unserer Seite zu haben. Vielleicht dreht sich der Wind ja ausnahmsweise mal zu unseren Gunsten. Okay, jetzt müssen wir auch beim nächsten Mal. Oh! 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 Guck mal was, Kumpel! Na! Da haben wir jetzt auch eine Abkürzung. Mal kurz gucken, wo hier der Speicherpunkt ist. Meine Regel ist... Hier nicht. Okay. Nö. Schreite voran, Reisender! Tritt ein! Eintreten! Oh, rein! Ach, nö! Ach, nö! Und dann gehen. Das war da unten das Tor. Das höre ich da glaube ich schon aus. Machen wir eine Pause. Genau. Jetzt mal mal eine Pause. Genau. Jetzt mal mal eine Pause. Ruhereflektion-Führung! Schreite voran, Reisender! Ermutigend! So, muss man jetzt nehmen. Weißt mal kurz, wie hoch was das... Ich dachte, das ist wahrscheinlich dann die Abkürzung, wo man zurückkommt. Was ist das für eine fette Tumpe? Ein Jedi-Outfit? Die Jacke ist taktisch, überlebt man, keine Jacke. Jedi, achso. Gibt es hier auch einen Grün? Na dann, nehmen wir doch die. Das hier, Wanderer. Schon okay. Achso, das ist schon die Jacke. Ja, okay. So ein Mantel wäre noch ganz cool. Oder ein Poncho. Das Imperium hat ein neues Spielzeug mitgebracht, Kompel. Feuern und Vorrücken. Feist eure Überlegtheit. Vorrücken, schade fahren wir den Tisch. Sie werden sterben. Oh, ich bin nicht. Hey, warum kämpft der ohne Arme besser als mit? Hilf mir, BD! Ein fairer Spiel, Kamerad. Was, BD? DT, wach du. So, ich muss ganz kurz gucken. Ob ich hier unten auch noch weiterkomme. Da ist ein zum Unterrutschen. Dann, ich bereiss mir hier auch. Okay. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wollen schließlich nicht vom Kurs abkommen. Kann ich vielleicht da drüben langschwingen? Ja, klar bin ich tot oder was, wenn ich da auf die Schräge falle. Was für ein Klatsch. Was für ein Klatsch. Warum muss ich hierheraus? Dann, komm ich da nicht irgendwie obendrauf durch diese lücken durch ganz kurz auf die karte da links ich doch weiter über diese komische stange wo ich mich da rum schwingen kann würde ich bedeuten jetzt die karte ach ja ich bin an der wand langlaufen Jetzt hat er irgendwo irgendwas. Das ist was. Ich hier jetzt runterrutschen. Ich muss so weit wie möglich springen, damit ich da unten in diese komische, runde Kurve da komme. Das war immer hilfreich. Willst du das nochmal machen? Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr mit dem Blaster kämpfen. Ich muss so weit wie möglich sein. Ich muss so weit wie möglich sein. Ich möchte in der ersten Reihe sitzen, wenn sie das große Geschiss ausprobieren wollen. Jetzt muss ich wieder abkürzen. Ich nutze das auch mal zum Speichern ganz schnell. Doch, hier war ein Speicherpunkt. Aber nur Speichern ausprobieren wollen wir jetzt nicht. Ich hoffe ja gar nicht. Du könntest nicht entkommen! Abstand halten! Nicht schon wieder! Lass euch von ihm nicht einflüstern! Was denn? Funktioniert denn ein Jetpack nicht oder was da unten? Ich kriege dich! Ich kriege dich! Ich kriege dich! Du kannst das Imperium nicht verdienen! Du kannst das Imperium nicht verdienen! Wenn wir verlieren war es nicht meine Schuld! Du bist praktischer Hände! Du kannst nicht ewig weglaufen! Du kannst nicht ewig weglaufen! Du kannst nicht ewig weglaufen! Jetzt läuft er weg! Es verschafft uns etwas Schwung! Es verschafft uns etwas Schwung! Was? Verschafft es? Kann ich den Wind einschalten oder was? Achso! Damit ich hier rüberhüpfen kann! Es ist natürlich blöd, dass ich den komischen Anbau natürlich nicht gesehen habe. Das kann nur eines bedeuten! Du bist zu nah! Daniel ist schon tot! Moment! Wo muss ich denn weiter? Ich glaube hier gehts weiter! Ich geh erstmal ganz kurz da unten rein! Moment! Wo muss ich denn weiter? Ich glaube hier gehts weiter! Äh! Dafür habe ich jetzt einen Fähigkeitspunkt. Halt-Rechtsklick gedrückt. Und drücke dann Linksklick, um mehrere schnelle Schwünge auszuführen, die rasch Munition auffüllen, wenn sie treffen, okay. Nehmen wir mal mit. Hm. Hm. Heili, hoch! Ich hab's gehört. Selbst getroffen. Drei, hab's schnell an. Das war's das Ziel. Stimmung an. Das bekriegen wir wieder. Und der kann er nicht sein. Nein, noch. Fack dich. Der Jetpack, das macht wirklich wenig Sinn. Na toll. Ach, ich hier ist der Fall, nein. Was mit ihm ist er? Stürzt du los? Lass mich doch mal deinen Kollegen erstmal wegschubsen. Also das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, das Ding. Dieser schnelle Angriff. und ich glaube, ich bin nicht so schlecht, das ist eigentlich nie. Ich glaube, ich bin nicht so schlecht, das ist richtig. Suche nicht in Pfad. Kehre in die Stille zurück, Reisender. Und der Weg offenbart sich. Das sagt sich so leicht, wenn man schon in Frieden ruht. Jetzt haben wir hier einen Fahrstuhl. Okay, ist also wieder eine Abkürzung, die wir dann von der anderen Seite freischalten. So ein Vieh. Was ist das denn? Das muss ich bestimmt in irgendeiner bestimmten Reihenfolge machen. Denn so war es schon mal nichts. Oder ein bestimmtes Muster oder sowas. Ich frage jetzt was für ein Muster. Hieran sieht man ja nichts. Grab von Oma. Geht es hier weiter? Das kann ich mir vorstellen. Hast du was? Ein Droide mit seinem Meister. Zum Glück haben wir sie vor dem Imperium gefunden. Absolut. Das ist gut. Der Film steht. Das ist das Glocken. Sie sind übernommen.